Das Team von Trainer Tom Wörle mit zuletzt zwei Schützenfesten im Pokal und der Liga, die 36. Minute. Sarah Debritz bittet zum Tänzchen und netzt ein. Führung für die Bayern, Marke sehenswert. Die Bayern erspielen sich reihenweise beste Tormöglichkeiten, scheitern aber immer wieder an Abt der besten Hoffenheimerinnen an diesen Nachmittag. Die eingewechselte Wonko war in der 87. Minute. Letztlich reicht es aber für einen nie gefährdeten 1-0 Heimsieg gegen harmlose Hoffenheimerinnen.